So, wir waren ja hier rausgekommen und, ähm, ja, haben jetzt halt hier das Problem, dass wir hier diese Feinde noch haben, ne? Ähm, können jetzt wieder unten bleiben? Das sind jetzt schon ein paar hier, ne? Oh, nee, oder? Wartet mal. Okay, da kommt auf alle Fälle einer vorbeigehuscht und der geht aber wieder, okay, da hinten ist das Zeug, müssen wir mal gucken, war das mal hier irgendwie heil rauskommen, sag ich mal so, heil rauskommen. Oh, ich sage, wenn ich das hier so wegschupe, aber ich muss hier mal irgendwie was machen. Ich liege weg. So, da ist jetzt der, okay. Ich würde sagen, wir greifen dann mal langsam so an, ne? Da ist auch noch einer, weil sonst kommen wir ja hier nie vom Fleck, sag ich mal so jetzt, ne? Kommt der jetzt zu mir, oder wie ist denn das jetzt hier? Ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, ich... ...kommt hier das Problem. Das ist hier nicht weiß. Ich sage mal, ich habe immer zugegeben. Ach, jetzt habe ich es. Mein, ach, drei Pfeile habe ich gerade mal. Das ist ja nicht die Welt, ne? Sag ich mal so. Ist nicht... ...die Welt. Dann würde ich sagen, wir nehmen, ähm... ...oder was nehmen wir denn da jetzt vor Schreck? ...ich doch das hier erst mal. Machen den hier blatt hier drüben, wenn ich das mal schaffe, natürlich. So, dann muss er halt noch mal kommen. Na gut, hier geht es aber nirgends wo lang, ne? Da ist auch noch jemand... So, jetzt hat er mich aber... Jetzt haben sie mich aber in die Falle genommen. Jetzt haben sie mich aber in die Falle genagelt. Oh, 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 oh. Na komm, ist gut. Ja eben, ihr könntet auch mal was machen, ne? Warum soll ich denn nochmal das mal hier? Das sehe ich mal ganz rein hier, ey. Gut, jetzt haben wir, ne? Das war's, okay. Wow, ich habe keine... ...keine Munition mehr, ey. ...keine Munition mehr, Leute. Das ist, äh... ...oder, mal eins, zwei, drei... ...ja, ist natürlich das besser, ne? Hier. Das wäre besser. Das macht aber mehr Schaden, ne? Das ist jetzt egal. So, jetzt gucken wir mal hier schnell... ...ob hier noch irgendwas ist für mich. Ja, Munition wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht, ne? Was auf den Truck soll sie gehen? Was ist denn für ein Truck? Hier, ne? Ach, den Truck meinst. Mensch, geh doch weg. Geh doch mal weg hier. Was, wir stehen zumal alle vor den Füßen rum, ey. Ich will bis mal gucken, ob hier noch irgendwas ist hier. Ne, okay. Hätte ja sein können. So, wir wollen zum Truck, hieß es. Ja, weil wir halt mal auf den Truck gehen, aber nicht wieder aus, oder? Ich meine, es ist ja doch hell genug hier. So, ich denke mal, das aber hier noch... ...bestimmt. Ja, ich wusste, jemand ist so doll. Oh, wow, wow, wow. Siehst du das? Wer ist da? Oh, verdammt. Oh, komm mal unten. Hab ich denn hier noch zur Auswahl? Wenn ich ja viel, hab ich ja nur noch zur Auswahl. Was ist denn hier? Ich weiß nicht, oder? Oh, Mann, oh, Mann. Ich bin ja bei Blatt, ey. Ach, nee, oder? Ich wollte mit der Rotten neuen Verband machen. Meine Güte, ey. Jede Kugel muss jetzt ein... Ja, schön. Oh, nee, jetzt muss ich das wieder hier machen, ey, oder was? Oh, krieg ich nen Holz, ey. Ich kann mal hier anders angreifen. Ich muss mal gucken. Wo sind die anderen? Halt doch mal unten. Mach ich mal Sport, oder was? Oh, Mann, oh, Mann, okay. Habe ich doch mal den Pfeil, oder? Das sind drei ja ja bloß, ne? Okay, können wir ja trotzdem irgendwie... ...den angreifen, oder? Gut, den haben wir auch. Wie ein Ninja, der Kär. Wie ein Ninja, hm. Jetzt sind's bloß drei Pfeiler, ne, Leute? Ist irgendwann die Ninja... ...Geschichte alle. Oh, das ging ja richtig gut, Mensch. Jetzt haben wir nur noch einen. Perfekt. Wow, das hat er jetzt ja richtig... ...reingehauen, sag ich mal so. ...ein Pfeil, äh, haben wir noch. Hm, meine Güte. Aber wir haben... ...diesen Mannblatt gekriegt. Da können wir vielleicht, ähm... ...wartet mal, dann nehmen wir vielleicht jetzt mal... ...das hier, was ist denn der überhaupt? Hallo, bist du denn? Hä, wo ist denn jetzt hinterher, Kumpel? Ach, da ist er ja. Los, komm her. Jawohl, hab ich dich platt gekriegt. Perfekt. Und dann kann ich nämlich auch dieses... ...Ding hier nehmen. So, okay, da haben wir das hier erledigt. So, schade ist halt bloß jetzt... ...ein Pfeil haben wir noch. Oh, hier sind dann zwei Pfeiler. Oh, Munition mal ein bisschen. Munition ist auch cool. Weil ich hab echt wenig, ähm... ...Munition ist mir aufgefallen. Also da müssen wir mal ein bisschen... ...bisschen was machen hier mit der Munition. Die ist echt wenig rar. So, auf alle Fälle haben wir drei Leute gekillt hier. Okay, da hinten, das war das mit dem Pfeil. Na gut, dann wollen wir halt immer rauf. So, jetzt muss ich echt aufpassen hier. Die oben hier, die... ...sehen wir mich schon ganz schön in... ...Rage hier, ne? Sag ich mal so. Ja, ich siehste schon, die anderen Leute. Ich hatte doch irgendwann eine Waffe mit, ähm... Welche war denn das? Mit Fernglas? War das die? Nee. Nee, die war das nicht gewesen, ne? Welche war denn das gewesen, Mensch? Mein Gott, da haben zwei Pfeile. Wir können ja mal gucken. Vielleicht treffen wir ja einen davon. Die bleiben jetzt so stehen, oder was? So, wie angewurzelt, oder was? Na gut, dann mach mal einen weg hier. Zack. Und den noch hier. Zack, perfekt. Ich weiß. So, ich hoffe, das war's jetzt hier mit den Leuten, weil ich hab dann echt mit mich kein Pfeil mehr. Und lass meine Pfeile liegen. Ich hoffe, die hat er was dabei. Hier, einer liegt da. Okay, da haben wir noch zwei Pfeile, perfekt. Pfeile sind schon ganz gut. Da kann man ein bisschen Munition sparen. Man muss halt immer bloß hoffen, dass man auch wieder dann, ähm... Pfeile rauskriegt, natürlich. Gott, die machen ja Gerüche, die Kids, hä, oder? Es wird langsam im Dunkel hier umgeben, ey, Leute. Guckt mal, hoch geht's gar nicht. Durch die Tür. Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich hab einen Schlüssel, Mann. Woher hast du den? Hab einen umgelegt. Da braucht ihr nicht mehr. Kommt alle rein. Könnte ich vielleicht hier erst mal mich noch ein bisschen umschauen, Leute? Hier liegt noch Firefly am Morgen rum. Gut, unterhaltet euch noch ein wenig. Ich guck mal schnell hier. Bisschen um mich. Aber ich glaub, da haben wir hier nix mehr für mich hier, wa? Schade. Es ist aber dunkel hier am Klo, Leute. Mei, jei, jei. Dunkles Klo. Nein, ist nix für mich mehr. So, ich komm dann jetzt, äh... Wo war's im Bohmenklo? Genau, machen wir die hier zu, hier. Ich guck mich mal eben um hier, ob irgendwas ist für mich hier. So, der ist für zehn, hat er gesagt, ne? Die Elie wird er, gell? Macht's aber auch... Macht's aber auch Musik hier, das Mädel. So. Was sind wir hier noch hübsches? Verlader-BCs. Nichts war da hier, ha? Echt? Wir haben wir nicht, oder was? Lass mich mal kurz schauen. Ich will mal kurz gucken. Vielleicht können wir irgendwas herstellen hier. Nee, kann man nicht, ne? Fehlt alles hier. Hm, schade. Es fehlt alles, ne? Gut, da kommen wir halt rein, ne? In die gute Stube. Gehen wir halt rein. So, da sind wir ja wohl... In meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Oh. Verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die scheiß Brücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Mir macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Hm. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Wir bleiben nah bei dir. Kurzer Cut. Bis gleich. Ja, ich. Ja.